3, 2, 1, Kupon! Die Sparfüchse sind für uns. Jeder, der keinen Coupon verwendet, ist selber schuld. Deutschlands Schnäppchenjäger auf Tour. Ich würde am liebsten alles mitnehmen. Wenn die Preise sowieso schon günstig sind, dann nehme ich einen Coupon dazu und spare dementsprechend noch mehr Geld. Ich würde bei 5.20 Uhr anfangen zu handeln. Heute, Magie, wenn man dann mal verliebt. Trödelboom und Schnäppchenjagd. Dienstag, 20.15 Uhr. Und danach Urlaub X3. Luxus vs. My Budget bei Adriel 2.